Präsident Selenskyj versammelt die wichtigsten Mitspieler des Ukraine-Kriegs in Dnipro. Gleichzeitig berichtet Russland von massiven Angriffen. Vor dem Hintergrund verstärkter ukrainischer Angriffe hat Präsident Volodymyr Selenskyj eine Beratung der Militärspitze im südöstlichen Dnipro abgehalten. Lage an der Front, der Verlauf unserer Angriffs- und Abwehrhandlungen, Aufklärungsdaten, beschrieb der Staatschef den Inhalt in sozialen Netzwerken. Besondere Aufmerksamkeit habe der Versorgung der Armee mit Munition gegolten. Ukrainischer Oberbefehlshaber wird geehrt. Bei der Sitzung wurde Oberbefehlshaber Valery Salushny anlässlich seines kürzlichen 50. Geburtstags von Selenskyj mit einer Ehrenwaffe ausgezeichnet. An der Sitzung nahmen ebenfalls die Befehlshaber der Abschnitte im Osten und Süden teil. Dabei handelt es sich um Oleksander S.Y.R.S.K.Y.J. und Oleksander Tanavskai. Russische Quellen berichteten über starke ukrainische Angriffe mit schwerer Panzertechnik im Gebiet Saporischia bei Robotüne. Zudem werde intensiv um das Dorf Staromajorske im südlichen Teil des Gebiets Donetsk gekämpft. Ebenso heftige Gefechte gäbe es weiter um die Orte Klischtschijewka und Andrijewka südlich der russisch kontrollierten Stadt Bachmut. Ukrainische Angaben zum Verlauf der Kämpfe gab es zunächst nicht. Die Ukraine wehrt seit über 17 Monaten mit westlicher Hilfe eine russische Invasion ab. Eine vor über sieben Wochen gestartete Gegenoffensive ist bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017